Feindliche Einheit ausgemacht! Mehrere Feinde ausgemacht! Mehrere Feinde ausgemacht! Ich bin einsatzbereit! Ich bin stets bereit! Kaiser hier! Rück aus! Mehrere Feinde ausgemacht! Einzelne Feindeinheit nähert sich! Feindliche Einheit ausgemacht! Gegner ist immer wieder unter Beschuss! Für Feind wird vor Angst! Feindliche Einheit ausgemacht! Hier ist eine Feindliche Einheit! Feindliche Einheit ausgemacht! Ja, hier ist es hin! Feindliche Einheit ausgemacht! Neun Gegner, da drüben! Ich werde hier beschlossen! Feindliche Einheit ausgemacht! Feindliche Einheit ausgemacht! Wir sind in den Wetteranenrand aufgestiegen. Feindliche Einheit ausgemacht. Feindliche Einheit ausgemacht. So. Nachfassung. Was gibt's? Stehe unter Feindbeschuss! Erlkönig wartet auf Anweisungen. Begebe mich zu neuen Koordinaten. Ich werde hier beschlossen. Sonst kommt mir nichts hin. Feindliche Einheit ausgemacht. Stehe unter Feindbeschuss! Ich diene dem Vaterland. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Jetzt schon. Ich habe einen Feind, der sich nicht zerstört. Brauchen Sie eine Panzerung? Fehl unter Feindbeschuss! Eine unserer Einheiten ist in den Wetteranenrang aufgestiegen. Ich werde sie aufwärtschen. Ich stehe unter Feindbeschuss! Ich werde in Kürze dort sein! Bist du die Kreisverbetreuung als erstes aus? Alle Ziele besiegt wieder... Nein! Ich möchte die Beine sch kissed. Ich wollte immer da lang drauf. Wir haben eine Konzentration verloren! Wir können alles reparieren! Wotan Kampfmacht wird bereitgestellt! Beim Wotan bleibt es besser auf den Boden. Der hier ist vollkommen allein! Schwieger Rote Leck wendet sich zum Dienst! Zu diesem Händenboden! Die Händen sind eliminiert! Die Händen sind in diesem Gebiet! Feinde hier ein, einen gesichtet! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Die machen die Akte auf schweren Regenheinkriegen! Schon schön eigentlich, ja? Den ganzen Tag habe ich aber noch nichts gegessen! Gar nichts! Doch, nicht ganz! Zeit, Trost habe ich gegessen! Aber das war es auch! Mehr habe ich echt nicht gegessen! Boah! Na da, wegen! Äh, Tobi! Das ist schon fast ab, oder? Wow, die Eisli! Das ist wieder stark! Nein! Nein, dann kriegt's halt schon! Wir meinen ja, der Flanken kriegt bald immer alle da lang laufen! Äh, heh! Anführen unserer Beterlade in Rezalcourt! Denen wir nicht der Land aufgestiegen! Aber so können wir irgendwie so versuchen, das ein oder andere echt aufzuholen! Nur eine Einheit! Die machen die Akte auf schweren Regenheinkriegen! Aber die kann doch echt mal einer mal holen! Die Karte ist für alle vor! Die Karte ist für alle vor! Die Karte ist für alle vor! Laut gestiegen. Ein Erdnergaufe der Fähre-Kommunktion. Die Fähre-Kommunktion. Ein Erdnergaufe der Fähre-Kommunktion. Die Fähre-Kommunktion. Die Fähre-Kommunktion. Stimmordert快 in Kürze. Asana unserer Inda erstaunen. Es ist ein Erdnergaufe der Fähre-Kommunktion. Dies ist das ein Erdnergaufe der Fähre-Kommunktion. Die Ehr-Kommunktion. Die Leitnergaufe der Fähre-Kommunktion. Oh, hier kommt die Tafel-Goy. Oh, hier kommt die Tafel-Goy. Oh, hier ist die Tafel-Goy. Reimliche Einheit ausgemacht. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenranden aufgestiegen. Jooo, wie viel Hanne ist in den Park? Ich weiß nicht, dass wir da rüffeln uns in einen, aber... Das ist ein Glück. Kommt die alle jetzt da? Also, die ist so nett, wenn die herkommen und die da stellen wollen. Aber das sind jetzt alle auf einen Flex und auf einen Züger. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Brauchen Sie eine Pazer-Einheit? Wir haben eine Pazer-Einheit verloren. Anstatt hier. Stiefmutter trifft in Kürze ein. Eine unserer Veteranen-Einheiten ist in den Elite-Terrass aufgestiegen. Die Tafel-Einheit ist in den Elite-Terrass aufgestiegen. Die Tafel-Einheit ist in den Elite-Terrass aufgestiegen. Auf Geist und weg Die Tafel-Einheit Barnes! W beginning! Ja, ich spreche heute nicht an. Aufsch resten! Gehen Sie den Weg, so findest du! Sie sind zu nah! Greife jetzt an! Mehrere Feinde in meinem Sektor! Diese Krim unter Beschuss! Da war Noma! Habe ein Ziel im Blick! Ich bin stets bereit! Ich werde in Kürze dort sein! Ich sehe hier einen! Wo auch immer ich gebraucht werde! Wir sind gebraucht! Wir sind gebraucht! Das Problem ist, wenn ich mich nicht absichere, dann überschwemmt der einen! Wenn ich mich absichere, dann ist nichts los! So! Da hast du eigentlich... ... 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 Und dann haben wir eigentlich alle gemacht Mit 4 und 6 Die einzelnen Wenn ich die machen soll Dann Schreibt es einfach in die Kommentare Dann machen wir das auch noch Aber ansonsten machen wir es gar nicht Also Wir machen So ist der Plan Noch einmal Das Stadtrand Dann Wenn wir das haben Ist die Kampagne dran Das hier Das Stadtrand Mal Was wird 6 Und die Justitische Inovision Ja Auch nochmal 5 Das sind halt auch Das eine oder andere Nach 3 Ja gut Nein Ich muss sagen Ich hoffe es gefallen Nächstes Mal Bis in 1 2 Werden da Stadtrand Drankommen Und ja Bis Und zum nächsten Mal Bye bye D D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020